so gehen wir hin schweine farm oder plantage plantage waren wir heute noch nicht genau doch sind gegner ja hier sind gegner oder ist der endgegner weil ich jetzt noch nicht mal von beiden den lärm macht ja ich höre auch was laufen obendrin obendrin ich habe den lärm ausnutzen weißt du ich habe jemanden heilen hören rechts nehmen uns ist einer ach du bist das ja 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 ich bin leer ich bin leer ja das war jetzt das war jetzt einfach ganz bescheidenes timing ich glaube ich glaube da hatte den mit schlange geholt das waren du in wirklichkeit glaube ich glaube ich ich bin gespannt es muss auch solche runden geben das war jetzt also wirklich dass der sich jetzt auf stellte das war das war jetzt so ganz ganz doof gelaufen das ist ein duo aber hatte schlange der hatte mit schlange gehoben ich meine ich ja nekromant ist doch jetzt egal nein hast recht ist nicht egal ok krieg krein känguru ich würde sagen vorher ist ein stückchen besser Schuss rechts das war so kalt heute bei der schulung das war ein zombie das hoffe ich zumindest entweder haben sie den boss oder naja die haben den boss das ist ja der boss den wir nicht unbedingt wollen also so 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 Okay. Wir machen den boss darüber zum anderen Das sind noch zwei compounds nach osten müssen wir dann Den hatten sie aber schön platziert die die geier Na ja das wissen sie alle dass wir irgendwo hier unterwegs sind Jop das ist wohl so Okay Haben sie aber lange gebraucht Ja Der Fick ist leer Ja Zumindest der hier Ist genommen Geld Oh Geld ist was zählt Damit habe ich die nächste Mission erledigt Und sogar zwei weil die Pistolengrad Mission habe ich auch lebt Ich bin nicht links rum gegangen weil der Graben waren Er kann nicht sein weil das ist links von uns und das bounty gebiet geht nach rechts und also ist quasi rechts von uns Der zweite schuss das war bounty Und was machen wir was meinst du der berei oder holzverarbeitung Ich glaube links ist näher Ich glaube links ist näher Ich glaube links ist näher Bis zum nächsten Mal Ich bin dringend Ich bin dringend Ich habe die Wurzge ich denke die machen den boss weil hier ist er nicht genau vor mir haben spielen aber genauso gelaufen wie du ich bin es oben drin ich habe die beinchen rausgucken sehen schießen hat aufgehört schüsse kamen von links ich gehe unter die brücke durch ne dirk links von der brücke runtergehen das kommen wir glaube ich zwischen fronten nicht links umgehen von mir glaube ich so jetzt ja so 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 Was ist das? da war der war aber alleine war ein solospieler müssen guten dann muss jetzt kommen sonst ich habe einen spring links hören vielleicht war er doch nicht allein er war nicht allein schallgedämpfter garant war das verdauen kannst du nicht viel ausrichten kommt er kommt er kommt er kommt er geht vielleicht meiner muss aus dem wasser aus zu plätschers nachladen klappt doch nachladen die kleine noch nachladen bevor du mich überhebst er geht in deckung 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 heilen ich glaube das war einer vom bounty team den du jetzt gekillt hast ich habe nicht gesehen wo der ist ich vermute oben auf dem balkon muss jetzt so zirkeln dass du die leiche im blick hast sonst hebt er die ne ja so ist gut wo hat der wichser naja kann sein ich weiß noch nicht genau wo die leiche liegt musst du etwa meine richtung ein bisschen vielleicht ein bisschen weiter rechts aber so die richtung die stimmt schon ja ist noch oben drin wartet jetzt er wartet bis es bountiert ja denke ich auch rechts 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 und ja da ist er da 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 die entdeckung wenn der vom bounty team ist dann fühlt er sich jetzt vielleicht vielleicht genötigt weil wenn er ein bounty hat kann er ja den auch aufheben aber ist die frage ob er das weiß ist ein russer oder grieche er ist noch oben im haus bis jetzt problem ich sehe nix bewegt sich ja rechts oder links oder siehst du was er ist links von dir er ist links von dir er ist schon raus geschlichen ja da in die richtung ja du hast doch unterhebeln ne nein ne ok ich habe eine normale pistole wieder das war ja sag doch du musst dir das nur zutrauen gut gemacht dankeschön das war richtig dicke korn ist sowas richtig ja klar den können wir ja nicht verlooten eben ja wo müssen wir raus ne wir müssen da nicht raus warte ich geh den mal looten ja ich hab den noch nicht gelootet wir müssen in die richtung nicht raus deswegen aber dann hat er das gucken nicht benutzt ne ja das sind punkte ich denke der hat einmal geguckt um dich einschätzen zu können wollte nicht alles verbrauchen eben ne du weißt ja nie ob du es doch brauchst weißt du manche sind manche sind da einfach dann in dem moment zu sparsam kann man ruhig so sagen so wir müssen nach nordosten nirgendwo wieder zurück soll ich gucken oder ja guck nochmal sehe nix sehr gut kollagisch über die brücke gehen meine sekunde verbrauch Ja, Junge, das war wohl nix. Ich glaub, da ist ein Pferd. Ja. Hat aber noch eine Waffe bei. Krähen links. Krähen links. Krähen links. Krähen links. Krähen links. 5, 6. Woo. Halt und Geräusche. Ich hab nur ein E-Mail gesehen. Ich war grad angucken, wo der ist. Ich wollte auch noch mal einen Schuss geben. Nice! Hat gut geklappt? Mhm. Ja, ich wär's besser drin gewinnen. 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 Du meinst, der zweite Spieler jetzt von denen. Ja, ja. Ja, aber... Ich sag ja manchmal treiben einen die Leute, ne, weil du denkst, ich muss den unbedingt retten. Das treibt einen schon mal dazu, dass man halt zuv Risiko eingeht, ne. Aber der wollte den nur looten, der wollte den nicht retten. Ja, ja, richtig. Der wollte den einen looten und den anderen retten. Oder meinst du jetzt der... Ach, du meinst der erste, äh, der zweite insgesamt. Du meinst nicht der zweite von dem Bounty Team, sondern der erste von dem Bounty Team. Genau. Ja, 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 da hast du recht. Ja. Das war unnötig. So! Also, der erste war ein Einzelspieler, das war aber klar. Und das andere war Team 6. Ausgelöscht. Genau. Jetzt hab ich den Centurio und Schalldämpfer freigeschaltet. Ich muss mal gucken, ob die Centurio ohne Schalldämpfer hat. Ich muss mal gucken, ob die Centurio ohne Schalldämpfer hat. Dann bin ich aufgelegen und schallt. Dann bin ich noch der erste, die Centurio ohne Schalldämpfer hat. Vielen Dank.